BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Die BW-Bank hat den Nord-Süd-Dialog im Jahr 2008 gesponsert. Das bestätigte ein Sprecher der Bank. Die BW-Bank war zuvor wegen eines günstigen Kredits für Bundespräsident Christian Wulff in die Kritik geraten. In diesem Zusammenhang sind jetzt Vorwürfe der Bestechlichkeit gegen Wulffs Ex-Sprecher Olaf Gläsecker laut geworden. Dieser soll den Nord-Süd-Dialog, ein Promitreffen zwischen Baden-Württemberg und Niedersachsen, unterstützt haben. Als Gegenleistung sei er unentgeltlich in den Urlaub verreist. Die Ehinger Druckeriekette Schlecker ist pleite. Laut dpa haben die Nachfolger von Konzernpatriarch Anton Schlecker vergebens nach einem Investor gesucht. Jetzt geht der jahrelang uneingefochtene Marktführer in die Insolvenz. Schlecker hatte zuletzt einen rigorosen Sparkurs gefahren und hunderte Filialen geschlossen. Integrationsministerin Önai, SPD, hat heute in Stuttgart das bundesweit einmalige Netzwerk für Migration und soziale Sicherheit vorgestellt. Ziel ist es, Menschen mit Migrationshintergrund über das soziale Sicherungssystem aufzuklären. Vielen fehle das Wissen über gesetzliche Rente und Altersvorsorge, sagte Önai. Das soll sich ändern. Noch bevor Innenminister Gall, SPD, Details zur Polizeireform verkündet hat, muss er bereits jetzt mit großem Widerstand rechnen. Die CDU mobilisiert in den Kommunen. Sie will nicht hinnehmen, dass die Polizeidirektionen zentralisiert werden. Die Polizei selbst gibt sich gelassen. Nur wenn die Präsenz vor Ort gefährdet sei, will sie protestieren. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, CSU, hat die Elektrifizierung der Südbahn im Investitionsrahmenplan des Bundes hochgestuft. Das meldete heute die CDU-Landesgruppe im Bundestag. Damit erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Südbahn zeitnah elektrifiziert wird. 2014 könne sie baureif sein. Landeschef Thomas Strobl sieht damit die Argumente der Stuttgart 21-Gegner entkräftet, wonach Stuttgart 21 zulasten anderer Schienenprojekte im Land realisiert werde. In der Metallindustrie haben IG Metall und Südwestmetall sich auf die Verlängerung der Kurzarbeit verständigt. Der neue Tarifvertrag, der rund 490.000 Mitarbeiter der Metallindustrie im Land betrifft, regelt im Fall der Kurzarbeit den Zuschuss, den der Arbeitgeber dem Mitarbeiter zahlen muss. Der NABU fordert für den heiß diskutierten Nationalpark im Nordschwarzwald ein Sonderetat vom Land. Der Nationalpark dürfe nicht zulasten anderer Projekte realisiert werden. 7 bis 9 Millionen Euro würde der Park jährlich kosten. Das Geld fließt vor allem in den Naturschutz. Das Land steht dem Vorschlag derweil aufgeschlossen gegenüber. Die Gemeinschaftsschule, das große Bildungsprojekt der Landesregierung, ist beschlossene Sache. Noch in diesem Schuljahr gehen 34 vom Land ausgewählte Schulen in Baden-Württemberg als Modellschulen an den Start. Darunter auch die Grund- und Werkrealschule in Bad Urach am Fuße der Schwäbischen Alb. Sie hat diese Woche ihr Konzept vorgelegt. Hier an der Grund- und Werkrealschule Bad Urach will man nach den Sommerferien die erste Schulklasse an der neu eingerichteten Gemeinschaftsschule begrüßen. Die Bad Uracher Schule hatte sich erfolgreich als Modellschule beim Land beworben. Die Grundlagen seien geschaffen. Man befinde sich jetzt im Endspurt, verkündete Schulleiter Matthias Kessler. Ein halbes Jahr bleibt jetzt noch für den letzten Schliff. Die nächsten Schritte auf dem Weg dorthin ist, das alles zu planen. Wir werden den Unterricht planen, wir werden die unterschiedlichen Niveaus planen. Wir werden auf Fortbildung gehen, wir werden Fortbildner einladen. Ich werde jetzt in den Ferien, in den Fachschulferien in die Schweiz fahren, um eine Schule zu besuchen, die außerarbeitet und da ganz viele Sachen mitbringen. Nach dem Konzept der Gesamtschule soll jedes Kind individuell betreut und nach seinen persönlichen Stärken gefördert werden. Genügend Lehrer und Betreuungskräfte habe man schon an der Schule. Die letzten Hürden werde man auch noch überwinden. Wichtig sei, so Kessler, dass Eltern und Schüler dem Projekt Gesamtschule eine Chance geben. Die Problematik der Gemeinschaftsschule ist, dass sie jetzt sehr schnell kommt, dass sie sehr schnell umgesetzt wird und das Vertrauen, dass diese Schule auch sicher klappt, ein gewisses Vertrauen und auch eine gewisse Offenheit bei den Eltern voraussetzt. Bürgermeister Elmar Rebmann ist überzeugt vom Erfolg der Gesamtschule und sieht auch die jährlichen Haushaltsmittel von rund 25.000 Euro gut investiert. Bad Urach sei Schulstadt. Täglich kämen rund 2.500 Hüller in die Stadt. Die Gesamtschule bietet dann ein zusätzliches Bildungsangebot. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.